Ja ihr Lieben, da sind wir wieder bei Let's Play Grand Theft Auto 5 Wir sind auf dem Weg uns zu verfahren, wie ich gerade verstehe Also im Endeffekt sind wir auf dem Weg zu HS, das ist diese Insektizidfirma, wo wir uns das Auto klauen wollen Was wir für unseren Bankraub nutzen möchten Und wir sind hier unterwegs mit unserer frisch geklauten Polizeischüssel Oh, Entschuldigung Man merkt, es ist Winter, die Frösche sitzen schon mal im Hals So, wo müssen wir denn langen? Ich glaube hier rüber, so ein bisschen quer und dann haben wir schon... Oh man, ich liebe dieses Verkehrssystem in Amerika, es ist so schön verwirrend Oh man... Wir versuchen jetzt einfach mal einen dieser Transporte abzufangen. So, zack. Irgendwie macht unser Autoschen nicht mehr wirklich mit. Schick! Leck, Gummio. Wow, was ne Karre, Alter. Wow, fenomenal, Alter, Sting. Oh, my God. My man, fam. Motherfucker. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ich hab den gar nicht gesehen, den Transporter. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann! Oh, shit! благодарleden Sie sich. So, ich hab den Transporter. Oh, ist das ein langsame Schüsse. So, hoffen wir einfach, er übersteht unsere kleine Querfeldein-Einlage hier ganz gut. Da, da, ja, Mann. Der ist irgendwie cool, so aus der Ego. Oh, life. Oh, yeah. Oh, life. Oh, yeah. Oh, life. Oh, life. Look at the mouth of the night. Look at the mouth. This is the rhythm. This is the rhythm. So, wir haben unser Betäubungsgas. Äh, mit Frachtbefreiung hätte das mehr, boah, ist doch zu Mäuschenmelken zwischendurch. Oh, Les. We got us some goodnight guests. Ah, good. Once we have the pest control van, we'll be ready to go. I'm on it. You should get some help with that personality of yours. Help! You're an irrelevant, Rick. Listen, Cap. I want a shit. No way, man. Ah, bei mir schlägt schon wieder die Müdigkeit zu. Ah, bei mir schlägt schon wieder die Müdigkeit zu. Wo bleibt denn das motherfucking Cap? Wo bleibt denn das motherfucking Cap? What's your problem? Saddle up and then? You just got to go! The shit's the fuck doing. Ah! Get the fuck outta here, huh? Where do you wanna go? Alysian Island. Sure thing, man. Wo wir hinwollten, sind wir. Mal schauen. Ich brauche ja nur diesen fucking Transporter. Das heißt, ich gucke mal, dass ich irgendwie von oben reinkomme oder von hinten. So. Ich brauche, aber... Am besten ist nämlich, wenn sie gar nicht merken, dass wir ihren Bugstar Sly ungeklaut haben. So wie jetzt gerade. Jetzt müssen wir das Auto nur noch abliefern. Und dann haben wir die Vorbereitung für den Überfall ziemlich gut hinbekommen. So. 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 Genau, es sind Links Dann die nächste Rechts Und wieder Links Die nächste wieder Rechts Nichts Ja Transporter geliefert So, Lester sagt, wir haben alles, was wir brauchen Und der Überfall startet in der nächsten Folge unseres Let's Plays Bis dahin, euer Maru Gier